. Ihr habt gehört, was ich gelehrt habe, ehe ich zu meinem Vater aufgefahren bin. Darum, wer sich dieser meiner Worte erinnert und sie tut, den werde ich am letzten Tag emporheben. Verwundert euch nicht, dass ich zu euch gesagt habe, dass das Alte vergangen sei und dass alles neu geworden sei. Ich sage euch, das Gesetz, das Mose gegeben wurde, ist erfüllt. Siehe, ich bin es, der das Gesetz gegeben hat, und ich bin es, der mit meinem Volk Israel den Bund gemacht hat. Darum ist das Gesetz in mir erfüllt, denn ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Darum hat es ein Ende. Ich zerstöre nicht die Propheten, denn alle, die in mir noch nicht erfüllt sind, wahrlich, ich sage euch, werden alle erfüllt werden. Der Bund, den ich mit meinem Volk gemacht habe, ist noch nicht ganz erfüllt. Aber das Gesetz, das Mose gegeben wurde, hat in mir ein Ende. Siehe, ich bin das Gesetz und das Licht. Blickt auf mich und haltet bis zum Ende durch, und ihr werdet leben, denn dem, der bis ans Ende ausharrt, werde ich ewiges Leben geben. Ich habe euch die Gebote gegeben, darum haltet meine Gebote. Und dies ist das Gesetz und die Propheten, denn sie haben wahrhaftig von mir gezeugt. wie die die Propheten der夜kunde, und dem, der bis zum Ende der 39. Vielen Dank.